Das heißt also, um richtig Informationen hereinzukriegen, auszuschlachten, ist ja doch sehr umfangreich, und zwar die Aussteller. Das ist richtig, ja. Ihr Haus, gehen wir mal ein bisschen in die Werbung, Hermsdorfer Kreuz, Autodienst, wie lange gibt es das? Das gibt es jetzt, also meine Firma gibt es seit dem Jahr 2000 dort. Wie viele Fahrzeuge haben Sie? Ungefähr zwölf Stück. Zwölf Stück. An Mitarbeitern? Mitarbeitern haben wir fünf Festmitarbeiter und entsprechende Aushilfskräfte. Das Einzugsgebiet bei Ihnen?